Grüßt euch liebe FCA-Fans zum heutigen Heimsieg gegen die Koffein-Limo-Rimpfiecher aus Leipzig. Damit unseren Gegnern heut gleich hören und sehen vergeht, habe ich aus meiner Bubokist ein ganz besonders schönes Mundschutzexemplar mitgebracht, die wohl heut nicht bloß den Coronavirus in Schach hält, sondern auch die Leipziger schwindelig tanzt. Unsere Jungs haben die ganze Woche mit der Dame trainiert und darum wissen sie jetzt, wie man große Gegner leichtfüßig austanzt. Nach der Niederlage dürfen die Leipziger zum Trost natürlich wieder vor der Heimfahrt noch einen Hochablass und dann können sie bei einem kräftigen Schluck Lechwasser erleben, wie viel Flügel ihnen das verleiht. Also, auf geht's Augsburg und dann gewinnen wir heute mit 1 zu 0 und zack! Für euch Servus! Für euch Servus! Für euch Servus! Für euch Servus!